Ja, warte, nur wenn wir rasieren und rote Kuppeln sind. Bisschen blau. Oh, wieder blau, das Blau. Ey, selbe Gruppen wieder. Herzlich willkommen zurück zu Dragon Online. Diesmal im Teamspeak. Genau. Wir haben da alles. Cedric kenne ich überhaupt nicht. Otto Demetzka, das ist der Typ von eben. Der ist total einfach. Trunov geht. Das geht, das geht, das geht. Geht. Ja, selbe Gruppen eigentlich. Genau selbe Aufteilung wie vorhin, würd ich sagen. Ich geh rein. Ja, der Cedric ist neu. Ich geh einfach in die Mitte. Du gehst überall hin. Und versiere richtig. Ja, geh mal rasieren. Ich kenn das doch den Cedric nicht. Als ob der gut ist. Cedric ist relativ gut, glaub ich. Er hat halt den Zweihandmatch, glaub ich. Ja, ab und zu auch ein halt. Ab und zu auch mal gut. Okay, gut. Der ist easy. Diese Cedric, ne? Einfach quer irgendwie rein in den Schuss. Zack. Immer 13.000 Schaden. Das nennt man nicht Sylvana, das nennt man Valdi. Also ihr müsst aufpassen, Randgott war eben auf Einhand. Der war einfach trotzdem One-Shot. Aber. Ne, ne, der ist auf Zweihand. Wie die Ais nur hinten drinne stehen. Jetzt schon. Ich hab links verloren. DK rennen durch. Jetzt geh mal nach links. Welche DK ist das? Der eine. Ich bin aufm Weg. Ach der Metzger. Ich bin links wieder da. Sehr schön. Perfekte Kombo. Wenn wir's schaffen, schaffen wir's fast mit allen Türmen. Das wäre doch mal ein Rekord, oder? Boah, ich bin über Low-Live, ey. Ich hab nur noch 5000 Leben, ey. Boah, so. Oh, lol. Schalde, warst du ja grade. Was? Wir haben den DK grad ein bisschen ran genommen, würde ich sagen. Ja, ich hab da auch. Wenn er so blit rumstand, hab ich einfach nur ein Eisbierer reingeballert. Ach, wir haben... Der King ist bei uns in der Gruppe. Der ist... Der Zwech macht ordentlich Schaden, ey. Ich kenn nur seinen DK, aber... Links geht ein DK... Links gehen drei Leute, das ist gleich tot. Schwerli und ich... Schwerli und ich willkommen. Ah, ich seh schon. Äh... Okay, gut, oder? Der rennt in der Mitte durch, rennt in der Mitte durch. Ich bin wieder links. Ich komme... Oh, Jakob, weißt du, wie ich mich mal wieder anschreibt? Das ist sauber. Oh, ich hab hier unten gekillt ausgesehen. Oh, das war doch mal, ey. Ich hab hier alle gekillt, ey. Das war Killstealing, ey. Die sind ja besser so als freil. Die sind ja langweilig. Wo bleiben die Gegner? Guck mal, da war einer. Oh, Spiele. Ich krieg gar keine Killstealing. Sorry. Guck dir mal meine Statistik an. Du bist ein Noob, das wissen wir alle. Klappe. Äh, der in der Mitte kommt immer durch. Ja, Sylvana. Die hat wieder... Die hat wieder irgendwie... Die hat wieder eingeschossen und hat wieder getroffen. Was? Explosionsfall in die Fresse? Ja. Danke für den Killsteal, Mario. Ich hab dieses öfteren. Was, was, was für'n Ding? Ja, der hat sie erst als Explosionsfall in die Fresse bekommen. Nichts, nichts. Explosionsfall. Hast du geschickt, Wana? Ich mag die überhaupt nicht. Ich hab überlebt. Ja, ich weiß. Und meinen Kill dir gesnackt. Ich hab einfach mal in den Zorn rein. Ah, du kriegst genug, gönn mir auch mal einen. Ich? Ich hab nur vier oder so. Das war mein erster, glaub ich. Kannst ja nachgucken. Oben kommt ein Zwerg. Da kommt ein Zwerg. Also... Nimm dir den mal ab. Siebentausende Bodenbrecher, ey. Boah, der Mage ist auch wieder da. Der bespielt seltener als der. DK ist auch gleich wieder da rum. Ja, warte ich. Schön, schön. Schön, schön. So ist fach, Schelly. So ist fach. Ja, meinst du? Ach, so hab ich den Lauf. Ui, 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 ui. Wenn wir jetzt grad nen Lauf haben, haben wir hintereinander die dritte Runde im blauen Team gewonnen. Ja, mal. Möchtest du nicht sagen, dass sie leicht OP sind, aber... Nein. Oh, 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 oh. Oh, ich komm mal wieder. Oh, komm, ich heuer mich mal gerade für. Ey, die haben wir nicht einen einzigen... Ah, die hat er mich mitgenommen. Eh, verdammt. Ich hab mich mir noch mitgenommen, Cedric. Yes. Ich bin immer noch aus. Ich bin immer noch aus. Okay. Ey, der stand in meinem Fang, der ist nur durchgestrahlt. In der Mitte. Guten Appetit, Charlie. Was? Guten Appetit, Charlie. Ja, danke. Ich bin wieder links. Prost. Oh, schön in den Sworn reingeballert, der getroffen. Also, eigentlich wollte ich ja heilen, wenn ich jemand kille, ich mich heile. Aber ich bin leider nur nicht gestorben, um umzuspielen. Schämt. Oh, 7000er Sprung. Warte mal, guck, funktioniert das? Nein! Ach, nö. Verdammt. Aua. Kade. Nein, schon war ich. Ich war erster. Das ist aus. Haha. 2 auf links. Ja, das seht ihr irgendwie. Äh, jemand für die Dampframme in der Mitte. So, ja, warte. Hier ist gerade... Ne, bleib, bleib. Ja, gut. Habt ihr oder ich komme? Ja, komm, einer noch. Ja, ich komme. Bleib, tu mal links, Mario. Naja, ich bin irgendwo hier. Hier liegen überall Tote. Haha. Das ist ja... Romantisch! Heute. Haha. Haha. Hey, hier liegen überall Tote. Oh, yay! Okay, schön. So stellst du dir also Romantik vor. Echt? Nein! Sehr gut. Wir retten deine Mitte lang. Der ist tot. Okay. Sehr schön. Vorne steht's ein komischer Magier, der ein One-Hit ist. Wer den killen möchte, auch immer. Guten Hunger. Okay, gut. Ich snack mir. Wahle One-Hit. Erfektionsfall rein-stammt. Guck dir das an, ey. Das ist wie 40er-Zeiten. Nubes am Spawn abfahren, ey. Holy shit, alter. Alter. Die Maconzie, die scheiß Dicker. Ja. Ich steh 11-1. Ja, Jan, das ist in Ordnung. So. BK! Ich bin trotzdem vor dir, also was machst du falsch? Ja, bis vor ein paar Sekunden durch geht erster. Du? Links droppt einer hoch. Nee. Doch, doch. Ich war vorhin... Nee, nee, ich war vorhin... Ja? Ja, ich hör dich, du warst die ganze Zeit erster. Was? Du warst die ganze Zeit erster, manchen. Links ist tot. Hm, gut. Bin ich da zum sonstigen gesprintet. Ja, aber ich hab auch mal einen. Ich hab auch mal einen. Hey, wir haben fast alle Türbe noch, gell? Also, Lara, du hast schon viel. Naja, die Hälfte fehlt oder so, aber... Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Ja, ich bleib mal links. Doch nicht hoch. Oh, ich muss neun Sekunden liegen. Ja, so oben. Was? Was? Ach, so ist das doch schön. Schöne Runde. Ja, ja. Ja. Oh, scheiße. Oh, ich kann weg jetzt ne Fährenkämpfer. Einen verschwimmen. Einfach, jetzt musst du uns beide reinschießen. Richtig. Aua! Ja, komm, jetzt snacken wir uns. Warte den Snack. Ja, dann hatte ich keine Chance. Also hab ich doch, der hat sich jetzt gesnipet. Wupp und meiner. Jo, du hast sie gesnipet. So, noch ein bisschen Punkte machen. Jo. Was? Dampframme angreifen? Bis ich da bin, ist die Schwert tot. Nee, das ist schon sieben Sekunden noch. Hey, schön, in der ersten Runde wieder. Ach, er hat den Dampframme getötet. Och, komm. Wow, die... Hey, 18 von 18. Ja, liegt doch. Charlie, ich würd mal sagen, wir teilen uns die ersten beiden Plätze. Ja, das ist doch... Der Rest zählt nicht. High five. Ich will mal kurz, King's Hill. Warte mal, ich komm gleich wieder. Ach, schön. Oh. Alter, mit dir auseinandergepflückt, heftig. Schön. Jo, dann beende ich hier mal wieder Aufnahmen. Sag ich, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Jo, tschau. Das so, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.